Hey, fortissimo! Ja, wie? Wenn wir am Samstag keine Jungschen haben, darfst du es mir hören, Willi? Oh ja, wir auch... Euch auch! Dann haben wir genau das Richtige für euch. Wir haben uns nämlich etwas Kleines ausgedenkt. Schlagt den Jungschenleiter! Und zwar haben sich die Leiter Challenges überlegt und haben sich dabei gefilmt, was sie die gemacht haben. Und wir fordern jetzt euch heraus, uns bei diesen Sachen zu lassen. Wie das alles genau funktioniert, könnt ihr unter diesem Video ganz genau nachlesen. Bei Fragen dürft ihr euch natürlich gerne melden. Viel Glück! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!